Das ist mega cool, ja, lass machen, das ist richtig, ja, das ist richtig, ja, das ist richtig, ja, geil. Psst, sag mal kurz für einen Moment leise. Ihr wisst ja, dass Draculaura morgen Geburtstag hat und, ja, wow, das wissen wir. Toll, wir sind ihre besten Freundinnen, lass sie doch jetzt mal ausreden. Ja, also ich hab mir nämlich überlegt, dass wir vielleicht eine Überraschungsparty für sie veranstalten. Aber wie wollen wir das denn bitte machen? Ganz leicht, du und Claudine, ihr ruft bei einem Partyorganisierer an, der bretet uns dann die Party vor. Und wir müssen einfach morgen nur so tun, als ob wir nichts von ihrem Geburtstag wissen. Und ihr organisiert halt die Party und ich versuche sie halt mit irgendeinem Aufwand zur Party zu locken. Aber wir dürfen halt nicht sagen, dass wir wissen, dass sie Geburtstag hat. Wir müssen halt so tun, als ob wir ihn vergessen hätten. Warum nicht, oder, Claudine? Okay. Gut, dann bis morgen. Ciao. Dann gehe ich auch. Ich freue mich so auf meinen Geburtstag. Vielleicht hat mir eine Freundin mehr Geschenke gemacht. Oh, ich freue mich. Hi. Hi, Jana. Guten Morgen. Warum siehst du so hübsch aus? Vielleicht für einen Jungen? Hehe, witzig, nein. Warum, kann doch sein. Hast du mir nicht irgendwas zu sagen? Äh... Hi, Friends. Hi. Dieses kleine Würfchen Haulin, die nervt mich so. Der sperrte sich einfach mal eine Stunde im Bad ein, um sich fertig zu machen. Ich konnte mich nicht schminken, ich konnte nicht duschen. Oh, sorry. Nö, alles gut. Deine Schwester scheint zu nerven. Ja, das tut sie allerdings. Naja, ja. Hi, Draculaura. Oh, hi. Ähm, habt ihr mir nichts zu sagen? Oder, äh, irgendwie scheint es irgendwie komisch zu sein. Was denn? Ja. Bei mir war sie auch schon so komisch. Hast du irgendwas? Nein. Aber ich glaube, es hat geklingelt. Ich muss. Hat es das? War das gut? Ich glaube schon. Ach, gut. Aber es hat glaube ich wirklich geklingelt. Wir gehen. Oh. Hä? Wollen wir uns halt verabreden? Nee, egal. Komm, lass uns um eins spazieren gehen. Ja, komm, wir machen. Am Wald? Rand? Ja, kann man machen. Ciao, ne? Ciao. Hallo, die Firma für Party und Catering. Hallo, ich ist Abby Baum und Nabel. Ähm, ich wollte eine Party heute planen, die so um, also der Aufbau soll so um eins beginnen. Ich hätte gerne eine Fotowand, ähm, ein Catering, eine Tanzfläche und ein Mikrofon. Ja, das lässt sich machen. Ähm, wir müssten so um eins anfangen, dann wären wir so um drei fertig. Okay, super. Dann kommen wir um drei, ähm, um uns das anzuschauen. Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann warte ich jetzt auf Jana, um mir zu sagen, wann sie ungefähr mit Draculaura da auftreten soll. Hi. Hi. Und um wie vor soll ich mit Draculaura dort ankommen? Ähm, so um drei. Um eins fangen sie an aufzubauen. Ich komme so um Viertel vor drei, um mir das anzuschauen. Und du sollst aber um drei oder auftreten mit ihr. Okay, super. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das mache. Ich habe mich auch schon mit ihr verabredet. Das muss ja sonst. Geht das ja nicht. Okay, ähm, und du weißt wo? Ja, genau, an der Waldlichtung. Ja, okay. Dann hoffentlich funktioniert's. Tschau. Bestimmt. Hoffentlich kommt sie. Hi. Sorry für die kleine Verspätung. Kein Problem. Hab ich gerne so gespannt. Ich habe mir jetzt auch gesehen. Ja, sehr gut gemacht. Und, gefällt es Ihnen? Es gefällt uns super, oder, Epi? Ja. Sehr schön. Okay, ähm, dann überlasse ich Ihnen die Party. Wir räumen so um acht Uhr ab und die Rechnung folgt nächste Woche. Okay. Juhu. Ja, dann sage ich auf Wiedersehen, ne? Viel Spaß. Ciao, wenn wir haben. Hoffentlich schaffen es die beiden rechtzeitig. Doch, da habe ich gutes Vertrauen. Okay. Aber wir beiden Hübschen ziehen uns jetzt um. Tada. Tada. Komm, lass weitergehen. Oh, Draculaura. Deine ganze Wimperntusche ist verschmiert. Du hast Panda-Augen. Was? Was machen wir jetzt? Ne, Mann, Schalo, mach das dir über die Augen. Dann sieht das keiner. Ich helfe dir auch schon beim Laufen. Okay, danke. Besser? Besser. Dann gehen wir. Hi. Hi, schön, dass du gekommen bist. Hoffentlich kommen auch noch Laguna und Clio. Hoffen wir es. Hi. Juhu, wir sind komplett. Wir sind komplett. Jetzt fehlt nur noch das Geburtstagskind. In Draculaura, du kannst ihn schon abnehmen. Hier ist keiner mehr. Endlich. Was? Habt ihr für mich gemacht? Ich hoffe, es gefällt dir. Happy Birthday. Danke, ihr seid die Besten. Lass die Party beginnen. Wir machen die jetzt schon so coole Party noch cooler. Denn jetzt wird Aui für uns singen. Aui Huntington. Eine Monsterkraft von Monster Single. Nur für euch. Danke, dass ihr jetzt so gerannt habt. Bis zum nächsten Mal.